Hallo zusammen. Ich melde mich wieder aus der Rockfabrik. Die Corona-Zeit macht es wirklich nicht einfach. Trotzdem versuchen wir kreativ zu bleiben und haben ein neues Konzept entwickelt. Abendmittwoch habe ich neu Hegis Küchen-Tisch. Was kann man darunter vorstellen? Wie funktioniert das? Wir stellen heute Abend 7 eine Gruppe von maximal 8 Leuten unser Restaurant zur Verfügung. Wir können also täglich buchen, 7 Tage in der Woche. Ihr mietet das Restaurant temporär und mit dem Essen und dem Getränk ist die Miete abgeholfen. Ob Familie oder Freunde oder Geschäftskollegen das nutzen wollen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist es einfach, dass es Gruppen ist, dass wir Corona-konform arbeiten können, dass wir es privat machen können. Und niemand anders mehr in das Restaurant kommt in dieser Zeit. Es wird geschlossen sein und privat angeschrieben sein. Unsere Küche ist eigentlich für Hamburger und Pizza ausgerichtet. Das macht es nicht ganz so einfach. Ich habe mir ein paar Menü ausgestudiert, wo wir trotzdem gut handeln können. Bedingt aber, dass die Gruppen immer das gleiche Menü nehmen. Also nicht irgendwie die 5-6 Menü, die ich drauf habe. Also wir mischen sie untereinander. Wir müssen jeden das gleiche nehmen. Ausser die Kinder. Dort können wir eine gewisse Flexibilität zeigen. Weil vielleicht Kinder sind nicht so hungrig. Vielleicht haben die Kinder etwas nicht gern, das wir hier drauf haben. Und dort müssen wir selbstverständlich Rücksicht nehmen. Was auch ist. Nicht jeder hört gerne Rockmusik. Aber es ist die Rockfabrik. Aber in diesen schwierigen Zeiten wollen wir uns gerne anpassen. Du sagst uns, was willst du für einen Musikstil hören? Wir werden das dir bringen. Nicht die Interprete, sondern Musikstils. Das müssen DJs erstellen und dann haben wir wieder einen Platz weniger, den wir geben können. Und das Ganze noch verteuern. Aber den Musikstil, den können wir problemlos anpassen. Die ganze Geschichte machen wir ab 4 Personen bis Maximum 8 Personen. Also wenn du 4. zu 4. bist, dann musst du nicht 8 Plätze reservieren. Sondern du kannst auch zu 4. kommen. Was auch ganz wichtig ist. Ich muss es immer bis spätestens am Vortag, am Mittag wissen. Überkommen. Ist es noch frei? Ist es noch frei? Und was ässert ihr? Wir müssen es ja planen. Du darfst überlegen, wenn du anrufst, ob du vielleicht noch einen Ersatztermin hast, falls es schon reserviert wäre. Mit diesem Konzept denke ich, sind wir sehr Corona-konform. Aber es ist eine Gruppe da. Wir kennen einander. Eben privat. Alle Hygienevorschriften, die wir haben, halten wir weiterhin ein. Ich denke, ist zu unserer Sicherheit und zu eurer Sicherheit ganz vernünftig. Also, Corona berücksichtigen wir und wir nehmen es auch ernst. Viel mehr möchte ich nicht sagen. Ich kann Ihnen noch erzählen, was wir für ein Menü haben. Das mache ich auch noch schnell. Wir haben die Pizza-Diskression. Dann machen wir Pizza und wir servieren es in Stücke. Dazu gibt es eine grosse Schüssel Salat zum Teilen. Runde für Runde kommen frische Stücke auf den Teller. Immer heiss, nie langweilig. So einfach ist das. Kostenpunkt 27 Franken. Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen 1 Franken pro Jahr. Wir haben auch Rackle an Diskression. Unser Rackle kommt aus der Region. Bilkmanufakturen einzeln. Sehr feines Rackle. Dazu servieren wir durch Kartoffeln, Brot, Silberzwiebeln, Garnischon und Tomaten. Der Preis ist 29,50. Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen 1 Franken pro Jahr. Dann geht es weiter mit dem Kokosburger. Das ist 100 Gramm reines Rindfleisch. Einseidel Racklenkäse, Eisbergsalat, Zwiebeln, Essig, Gurken, Tomaten und unsere Haussauce. Dazu gibt es Pommes frites. Und zum Voraus gibt es noch grosse Schüssel Salat zum Teilen. Was wir auch haben. Rindfleisch, Rindfleisch, Gulasch, Stroganoff in ein paar Städtchen. Mit Petroni, Champignons, Zwiebeln, Essigurken, Suram. Dazu servieren wir noch etwas Reis. Als Vorspies gibt es eine grosse Schüssel Salat. Und zum Dessert ein Tiramisu. Das kostet 49,50. Für die, die es gerne etwas exotischer haben, haben wir ein rotes thailändisches Curry. Mit Bule, Koriander, süssen Thai-Basilikum, Peperoni, Gemüse und Jasmin-Reis. Als Vorspies servieren wir dir einen pikanten Rindfleisch Salat aus der Huft. 38,50 kostet das. Und für die Kleinen, was ich vorne schon angetönt habe, kann man nehmen. Panierte Schnitzel vom Schwein mit Spaghetti 12,50. Oder Pizza Margherita für 9,90. Oder einen Hamburger, einen Kinderhamburger für 7,50. So, ich hoffe, ich habe euch ein wenig lustig gemacht. Und das Ganze, wenn ihr ein ganzes Restaurant als Gruppe nehmen könnt, und hier privat könnt ihr sein, dann habt ihr eine Exklusivität, die wir ganz selten in einem Restaurant haben. Ich hoffe, ich habe euch auch eine lustig machen mit dieser Geschichte. Für Reservationen oder Infos telefoniert mir doch 079 378 2316. Habt ihr einen anderen Mini-Vorschlag? Wenn ihr euch das nicht gefällt, was ihr euch erzählt habt, dann könnt ihr auch mit mir reden darüber. Wenn es die Küche hergibt, dann machen wir es. Und jetzt wünsche ich auch einen schönen Abend. Danke, dass ihr mich ganz zugehört habt. Und toi toi toi, bleibe gesund da aussen. Wir packen das. Ciao zusammen.